So, ja, sind wir jetzt schon wieder. Vom Jagdhals sind wir runter gerade, kurz sind wir angehalten, auf der Öttige dann ganz kurz, jetzt geht es weiter hier. Wir sind gerade in Wingeshausen in der Stadt Bad Berleburg. So, vorne rechts. Ach ja, das Wetter hält sich, alles gut. Ein bisschen windig, klein wenig, aber schon klar, die Kamera noch sauber, alles gut. Und weiter geht es mit dem Aue, Aue ist mir auch bekannt, kennt man auch, die Strecken. Und weiter geht es mit dem Aue, 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 Aue. Dann fahren wir links, gucken wir mal, ach, so, alles frei, mein Taxi, alles gut rein, alles frei. Ja, jetzt geht es in Richtung Frankenberg langsam, erstmal in Dutzla, grobe Richtung Frankenberg. Und für alle die, die ein bisschen öfters Motorrad fahren, sollte, wenn sie Frankenberg hören, sollte man wissen, sehr viele Kurven. Richtig schöne Strecken im Raum, Frankenberg, Kreis, Frankenberg, da ist die Wege da. Guck mal, mal wiedersehen. Ich bin langgezogen hier, schön. Wunderbar. Ich bin langgezogen. Das war's für heute. 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 Das war eine geile Verkehrsführung hier. Das war's für heute. 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 und da fahren wir rechts weiter Richtung Grünberg, Dreihausen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 So, da hatten Sie die normale Straße wieder da vorne gleich So 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 Letztes So 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 Letztes Mal habe ich ihn hier auch fast ran vorweil gefahren, letztes Mal. Ah, hier ist er hier oben. Oh, mal, 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 mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020